Mag mir mal was sagen? So, ich hau jetzt mal die Concord-Vergabe rein. Ja, geh, ich hau dich gleich. Moment, du bist doch kein Killer, ne? Der frät's los. Stimmt, ich bin doch kein Killer, ne? Ach, da war er fast. So, die Axt wieder verstecken. So, Max, äh, Skull, sollen wir einen letzten Test machen? Ja, schon. Ja? Hätte ich schon gesagt. Schauen wir mal. Ja, Dead by Daylight müsste eigentlich ziemlich bekannt sein, worum es geht. Vielleicht ist sicher, ob das schon bekannt ist. Ja, vier Überlebende, ein Killer. Wir sind jetzt Überlebende. Wir spielen zu viert. Also, es ist ein Julchen dabei und ein Johnny. Oder John. Ihr könnt mal Hallo sagen. Genau. Hallo. Hallo. Unten ist ein Generator. Als Überlebende müssen wir Generatoren machen und dann den Ausgang finden. Aber... Und der Killer muss uns filmen töten. Mal schauen, ob es noch kann. Ähm. Oh, der mit der Motorsäge. Ich hör's schon. Oh, ja. Oh, der hat mich nicht gesehen. Oh, doch. Er hat mich gesehen. Oh, er hat mich gesehen. Oh, leckt's bei euch auch. weglaufen sollen. Nee. Nee. Bei mir leckt's ein bisschen. Ah, dass der, wie das direkt zu mir gekommen ist. Ich fass es damit. Das Motor. Ist er bei dir also? Halt, ich könnte mich einfach ein bisschen gern. 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 Hatte ich auch gerade das Problem. Aber jetzt habe ich einen. Äh, er kommt. Entkommst du? Ne. Ich habe er da vergessen. Sammeln. Er geht jetzt zu. Irgendeinem. Generator. Da ist jemand von euch. Ich weiß nicht. Der gerade explodiert ist. Aber der, der direkt bei mir ist. Der könnte mich jetzt befreien. Ja, das mach ich schnell. Obwohl, er kommt. Er kommt in meine Richtung. Oh, er hat dich gesehen. Bist du auf dem Hügel? Ich bin auf dem Hügel, ja. Wer wird denn da gerade verfolgt? Ich nicht. Ich werde gerade verfolgt. Naja, scheiße. Kann es sein, dass der Einflussbereich ein bisschen kleiner ist. Dieser Killer. Hi. Er hat mich verloren. Ehrlich, sehr schön. Oh. Oh, er hängt es echt gut. Also, jemand muss ihn mal befreien, weil... Wieso? Achso. Er hängt noch. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Ich bin gerade am bluten. Kannst ihr das machen, weil mein Generator ausgehen kann? Ja, meine auch. Nee, er ist aber direkt bei mir, der Killer, glaube ich. Campt der? Nee, oder? Glaube ich, ja. Obwohl, ich hab... Nee, er... Also, er geht jetzt noch zu diesem Generator. Da macht man das. Habe auch rein. Habe auch rein. Ich komm zu... Lol. Ja, das Problem ist halt, wir sollten immer probieren, dass wir denjenigen befreien, bevor die Hälfte eines Lifes muss, weil jetzt das nächste Mal, wenn er aufgehängt wird, ist er halt down. Hm. Das ist halt das Problem. Also, ich konnte nicht, weil ich war... Ich hole dich jetzt einfach, weil... Er kommt jetzt eh. Ich fange mir einen Hit, lauf einfach weg. Andere Richtung. Achso, gut. Ich wollte ihn jetzt auch befreien. Oh Gott, du läufst genau in meine Richtung. Ah, er läuft hier hinterher. Scheiße. Ich glaube, du bist down. Ich kann dir da leider nicht mehr helfen. Ich hab keine Taschenlampe oder sonstiges. Hat er dich gefunden, Skull? Ja. Ich bin tot. Hast du schon kämpfen müssen, oder? Ich hab achtmal Totems. Ja. Ich mach grad den nächsten Generator. Oh, shit. Das war natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Na gut, das hat mal nicht funktioniert. Bleib weg, bleib weg. Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich direkt beim Haken stand. Dort, wo das Skull aufgehangen wurde grad. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Kürzlich. Ist er hinter dir her? Nee, der ist nicht hinter mir her. Aber er sucht mich, glaube ich, ein bisschen. Also, der läuft in meinem Gebiet rum. Ich seh ihn. Er wird jetzt sowieso hier zu dem... Er kommt. Also, er kommt. Ich mach noch hier das Totem fertig. Lauf du weg. Oh, da ist auch ein Totem. Ich mach schnell das Totem. Ja, immer Totems waren. Also, er hat mich verloren anscheinend. Der Julio ist angehüttet. Ja, ja. So. Ich mach Generator weiter. Komm schon, komm schon. Ja, check's nicht, Gatsasi. Nein! Kacke, das war zu früh. Das ging so langsam jetzt plötzlich. Kommt er zu dem genauen Generator. Er kann explodieren. Geht er in die Richtung? Ich glaube schon, ja. Dann geh ich mal lieber. Ja. Er läuft dahin, er läuft dahin, er läuft dahin. Ich hol dich jetzt. Mach ruhig weiter. Ich hab ganz kurz Herz klopfen gehört. Komm mit. Aber jetzt würde er wieder zurück zu euch rennen. Ah, ich höre ihn schon. Ah, jetzt lauf, lauf, lauf. Mach den Generator weiter. Musst du in der Palette suchen, Hasi. Das ist ja keiner. Klar, er hat dich verfehlt. Ist bei mir. Er ist gegen die Wand gedingselt. Du musst weg von mir, Hasi. Er ist hinter mir her. Ich hab echt Angst gerade. Max, warum schaust du zu? Hallo, ich bin der vierte. Ja. Warum schaust du zu? Ach, scheiße. Ja. Überall ist die Skanker durch. Wo ist denn hier ein Haken? Wackel, 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 wackel. Wackel, wackel, wackel. Also... Ich hab gleich den nächsten Generator fertig. Ich hab gleich den nächsten Generator fertig. Du schaffst es. Ja, jau. Ich hab den nächsten Generator fertig. Du musst mich jetzt irgendwie ablenken, Mann. Du denkst, wir brauchen jetzt... Oh-oh, deine Hilfe. Aber mir leckt das schon ganz schön. Also irgendwie... Weiß ich nicht. Aber nur wenn ich sprinte. Wackel. Aber bist du jetzt tot? Aber du bist noch nicht gehangen, oder? Nee, ich nicht. Ich hing noch gar nicht. Ach so. Geil. Müsst doch beide hallen und dann... Müsst ihr schauen, dass ihr... ...zusammen am besten gleichzeitig kommt. Genau dahin, wo ich gehe. Schau mal rüber. Äh, nee, er geht in die ganz andere Richtung. Also jetzt könnte eigentlich Christian kommen. Aber mir pocht das Herz grad voll. Okay. Oh, er hat mich. Oh, scheiße. Den hab ich nicht gesenken. Okay, komm Maschen. Lauf nicht in die Richtung. Ach, scheiße. Ja, ich versuch's eben. Ich versuch's gerade. Ich bin tot. Ach, Mist. Oh, Mann, dass er auch direkt in meinen Rücken rennen musste, ey. Ich dachte, der kommt von der anderen Seite. Der kommt von links. Halt mich direkt. Halt mich direkt. Genau. Wickel, 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 wickel. Oh, Mist. Ich hänge. Oh, Mist. Oh, Mist. Komm. Ja, ich seh, er geht zu campen. Ja. Ja, ich... Er ist wieder bei mir, ja. Ich müsste halt mal irgendwie... Ne, er hat nur einen Generator abgecheckt. Ich glaub, der ist gar nicht zu mir gegangen. Er geht jetzt in Richtung Julia. Okay, ich schau mal kurz, was in der Box hier ist, vielleicht... Weil direkt bei mir ist ein Generator, deswegen ist er zu mir gelaufen. Soll ich einen Fluchtversuch machen? Ich muss ja noch mal weiter nach links, ich versuche Christian zu holen. Ja. Das war schon Space-Druck, ja. Ich kann mich nicht holen. Nein, der spinnt bei mir. LOL. LOL, was ist nicht jetzt los? LOL, was war das? Das ist wichtig, ja. Zack, zack, zack. Das ist bei Julia, glaub ich, oder? Ja, irgend... Ja. Scheiß. Hier wäre ein Generator, sollen wir den machen? Oder sollen wir eher weggehen? Ja, ich hab... Ge... Ja, du bist ja schon fast tot gewesen, gell? Ich war jetzt fast tot, gell? Aber wir machen den einfach. Mann. Er wird dann direkt hierher gehen, ha? Ja, egal. Ja, ich hätte doch irgendwas... Ich hatte doch irgendwas zum Aufheben. Pack. Ich muss doch mal anklicken, wenn du ne... Oh, Mann. Kommt er zu n... Also er geht in Richtung von Christian, ja. Okay, warte. Julia, ich komm zu dir, oder? Ich hab dich schon. Achso. Hast du die Julia schon? Ja, genau. Gut, dann mach ich den Kanal auch weiter. Das hier in die Ecke einfach. Ich... Ich... Ich weiß nicht, wie es lag war. Oh, Alter, das kam früh. Gerade voller Schrocken. Ja, jetzt ist es ja schön stealthy. Er kommt wieder zu mir. Er kommt wieder zu mir. Okay. Ich glaub da hinten war ein Generator, hasi. Ich glaube, er hat mich jetzt hängen. Jo, er hat mich jetzt hängen. Nein, ich hänge! Nein! Shit! Hier war doch irgendwo ein Generator. Ja, ja, ja. Ja! Du läufst grad ein bisschen in die Richtung, aber... Ich find keine... Boah, musst du denn... Hilf mir, schnell. Ich glaub, ich bin entkommen. Er läuft noch hinter dir. Nee, 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 nee. Er hat mich verloren. I love, deine Richtung. Guck mal, wie schnell das geht. Guck mal, wie schnell das geht. Was ist er denn? Ja, ja, ich hab ne Weckse... Ja, ist jetzt bei mir. Ist bei mir. Ist bei mir. Ist bei mir, Harp. Ich muss mich schnell heilen. Oh, der hatte ich nicht gesehen. Quatsch. Fahr einfach hier weiter. War richtig top grade. Ist bei mir. Ist bei mir. Sag sowas nicht. Am Ende gewinnt der noch. Also ich hab ihn hier erstmal immer noch hinterherlaufen. Ach, der Generator ist fertig. Ich renne zu dem Generator zurück von... Ich bin ja richtig am trollen. Also ihr müsst jetzt langsam mal... Ja, ich... Ich wirk mal zu dem Generator zurück, den ich eh schon angefangen hatte. Er hat's glaub ich gelassen. Scheiße, das kann's ja nicht sein, oder? Nein, 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 nein. Ist da bei mir jemanden? Ja, ich glaub bei mir. Er checkt grad meinen Generator ab. Jo, er hat ein bisschen kaputt gemacht. Und jetzt geht er weiter. Ich mach jetzt auch einen. Ich bin auch schon 60% bei einem. Oh nein, ich glaub er kommt. Ja, der klappert grad die Generator nach. Ich hab ein zu 80% circa. Ne, 70%. Ich bei... Ja, äh... 40%. 50%. 50%. Ja. Nein! Das war doch perfekt drin, oder, Max? Ich hab's grad nicht wirklich nachgeschaut. Halte noch ein bisschen durch, also. Ich hab jetzt abgelenkt. Nein, wie hat der mich gesehen? Er ist ganz woanders heiß. Okay. Er ist bei mir, er ist bei mir. Ich troll ihn, ich troll ihn. Ja, ich halt ihn ja, dann kommen wir. Oder, gut, ist ein Generator vielleicht, der fast gleich ist. Er läuft weg, er läuft wieder weg. Pass ich das. Er hat's gelassen. Hey lol. Das ist doch geschleicht. Lol. Ich hab noch Hälfte Ladung von meiner lila in den Werkzeugkissen. Damit kann ich Hälfte eines, ähm, Generators auf jeden Fall schnell machen. Also bei mir wär... Bei mir wär die Hälfte gemacht. Schon. Ist er denn bei dir in der Nähe? Oder weiß er, dass der Generator ist? Er läuft grad irgendjemandem hinterher. Hab ich das Gefühl. Okay. Dann... Da ist ein Generator hier oben. Was wir hier um das Haus, kann man ihn richtig schön trollen. Er lässt sich aber nicht mehr trollen. Doch, doch. Also bei mir, der ist gleich abgehauen. Sobald ich eine Palette gefunden hatte, ist der... War der weg. Okay. Wir sind bei 50% jetzt. 60. Oh yes. Okay. Er rennt mir hinterher. Er rennt mir hinterher. Er ist bei mir. 50%. Da hinten ist gleich das Tor. Ich geh's gleich aufmachen ok? Oh shit. Wo ist denn jetzt müssen wir wissen, ob er noch bei dir ist? Ja er ist bei mir. Er ist bei mir. Immer noch? Jo. Er wird mich auch kriegen, weil ich keine Palette mehr finde. Rechts? Wir haben einen 50%? Und hier ist schon vor der Glatsch. Ja das war ja mein Plan gerade. Hast du gesehen wo das Tor beim letzten Generator ist? Kannst du in die Richtung laufen? Ist gleich auch n... Ich weiß es nicht mehr, ne. Aber ich sehe ein Tor. Ich renne mal in diese Richtung. Hey, genau, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, genau das. Perfekt. Los. Ja. Los. Ja, du musst ihn wieder treuen, oder? Ja. Na gut, er kommt sowieso nicht. Ja, komm. Go out. Boah, er war ne schöne Runde. Ja. Ja, ist cool. Bei mir hat's zwei Minuten gedauert. Boah, ich sag's euch, dieses Reparatur-Dingsel, was ich da gelootet hab aus der Kiste, das ging so ab. Was hattest du denn? Das war so ne epische Werkzeugkiste. Okay. Episch. Ich hab mein Item verloren. Ja, halt lila praktisch. Welche mein Item? Verlierst du immer, wenn du, wenn's aufgebaut wird. Ja, klar. Logisch. Hm, verlassen. Hatte aber auch gar keine Perks. Ja. Doch, ich, ja, obwohl, doch. Ne, ich hatte überhaupt keine Perks. Also du. Ich hab Perks. Ich hab Perks drin. Ja, meine Perks. Für die nächste Runde. Ich hab kein Werkzeugkasten mehr, das nervt mich ein bisschen. Aber ich könnte schon ein Blutnetz... Ne, keine Chance. Erstmal das da. Dann... Da ist ein Wechselkasten, den ich immer mit... Nein, das... Genau, dahin wollte ich gerade... Okay, mehr kann ich mir nicht lagen. So. Ja, ich dachte... Scheiße, ich weiß jetzt nicht, wie lang wir schon aufnehmen. Wie lang war denn die Runde ungefähr? Hallo? Redet ihr noch mit mir? Was? Weiß ich nicht. Zehn Minuten vielleicht? Zehn Minuten. Ja, komm dann. Eine Runde geht noch. Max? Skully? Sie ist gerade FK, aber... Drück mal bereit, Hasi. Ich bin jetzt auch gleich da. Ja, genau. Ich glaube, es war mit Abstand meine schlechte Runde bisher. Meinst du? Findest du? Jo. Der ist direkt zu dem Generator hin, wo ich war. Und wo der gleich zwei Mal hintereinander aufkommt. Genau so geht es mir immer. Jetzt weißt du, wie es mir geht. Jedes Mal. Ich müsste jetzt noch ein bisschen... Die Karten noch ein bisschen verinnerlichen. Irgendwie so... Ja, aber die Karten selber, die weiß ich auch nie auswendig. Also ich habe echt keinen Plan von diesen Karten. Nee, weil ich finde halt nie irgendwelche Paletten oder irgendwelche Fenster, wo ich durch... Das finde ich auch nicht. Also jetzt ist echt Zufall, dass ich hier zwei Paletten gefunden habe. Das wird echt purer Zufall. Ich habe immer noch die Lila in der Werkzeugkiste. Das ist interessant. Vielleicht war ich die noch nicht aufgebraucht. Jetzt bin ich aber gespannt, ob die genauso viel... Ob die genauso viel Energie noch hat. Oder ob sich das jetzt praktisch resettet hat und nicht wieder... und die voll ist. Das wäre nämlich mega cool. Das wäre... Weil dann würde das heißen, du kannst alle Items fast leer nutzen. Ja. Ja, und dann... Kann ich mir vorstellen. Das wäre schon ein bisschen OP. Ja, außer du stirbst halt. Dann wirst du wahrscheinlich weg, ne? Geht eigentlich... Leu, wo bin ich denn? Im Thompson-Haus. Ah! Irgendwie wird das bei mir. Hallo. Hallo. Komm da, ein kleiner Generator. Die ist wieder voll, die Kiste. Und da ist auch gleich eine Palette. Ist ja gut. Wo? Wo man gerade durchgegangen ist. Ne. Ach doch. Oh fuck. Das ist gerade ein bisschen überraschend. Hier ist eine Palette. Ich bin gerade voll angespannt. Bei dem Spiel ist man echt ganz lang angespannt. Max, lass mich die Palette umschmeißen, ne? Weil ich nach dir rein renne. Ja. Wahrscheinlich. Nein! Nein! Das kam... Das war extrem schnell. Unser Generator ist gleich fertig. Okay. Ähm. Oh nein, Freddy. Komm. Komm, Max. Lauf. Max. Skoll. Und lass gleich den Nächsten so... Da oben ist. Der siehst du... Oh, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Er hat mich. Er hat mich. Oh mein Gott. Ach, die Palette. Ja. Uh, nein. Oh fuck. Bitte, bitte, bitte. Sieh mich nicht, bitte. Sieh mich nicht. Ey, wie komme ich denn aus dieser Traumvalide raus, ne? Da musste ich entweder den Aufwarten oder einen Generator failen. Also wir haben den zweiten Generator zu 50% jetzt. Also... Es geht bei euch ab. Oh Gott. Ich heil mich grad schnell selber. Tätig, oder? Ich bin vom... Die Haltgewicht lang, ne? Ich troll ihn noch bisschen. Ja. Macht ihr zwei Generatoren? Der ist grad ein bisschen bei uns. Der ist schon fertig. Oh fuck, Alter. Er hat mich echt noch erwischt. Es ist einfach... Ah. Dann... Wo hängt er dich denn auf? Da. Aber stell dir mal vor, ich hätte auch noch... Ich glaub hier ist noch einer, Hasi. Er hat mich gehört. Erstmal runter gehen aufs Feld. Ach, du hast den Generator fertig gekriegt? Ja. Cool. Schön. Hier ist noch einer. Und diese... Und diese Traumvalide zickt einfach gar nichts. Kannst du... Kannst du vielleicht, ähm... Ach, der Traum bezickt er mich auf der Map? Ja. Kann mir irgendjemand... Oh mein... Wir haben... Wir kommen sofort. Wir haben jetzt... Okay, Jula kommt. Ja, ich... Er ist bei mir, er hat mich. Ja. Du musst jetzt sofort... Du musst jetzt Gullhorn... Pull holen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der sickt mich trotzdem nicht. Da kannst du dich ja nicht mal mehr verstecken oder so. Oder? Ich hänge. So, jetzt bin ich wieder wach. Das tat ein bisschen weh. Ich hab mir nicht Probleme mit der Schulter. Ich weiß nicht warum. Der Haken ist ganz schön fett, ne? Er ist bei mir. Eiße, Mann. Ist jemand bei mir, um mich... runterzuholen? Hört grad gerade. Du noch. Warte. 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 Wie kommt es Richtung... Komm? Also der ist 60%, den ich hatte. Aber da war der, Freddy. Hör dich mal. Dort wo ich hänge, ist auch ein Wernerwarte. Das Wichtige ist halt immer... Schau. 50% bleiben. Warte, ich kann nicht wecken. Warte kurz. Warte, 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 warte. Er kommt, er kommt, er kommt. Du musst weg. Du musst weg. Okay, ich bin wieder im Traumwelt. Wieso bin ich jetzt in der Traumwelt? Der rennt mir doch ganz... Der kann uns beide. Das ist so ein ranged attack praktisch. Aber er rennt mir hinterher. War ja wieder klar. Genau. Ich hänge gleich wieder. Bin dann sofort wieder tot. Du weißt einfach auch nicht wem er hinterher rennt oder so, ne? Ist das das Schlimme? Das Ding ist, wenn ich dich halt vor der Hälfte des Slimes rette, dann kann ich dich jetzt noch mal retten. So, weißt du was ich meine? Nee, ich glaube nicht. Ich muss jetzt sofort kämpfen. Ja, genau. Aber du wärst... sonst wärst du tot. Ich hänge gleich wieder. Ich hänge gleich wieder. Ui. Muss ich space hin? Im Maisfeld kann man sich so gut verstecken. Ja, das ist geil. Das stimmt. Steiß aufs Aufwecken. Jetzt ist weg. Aber ich... ich hör schon wieder. Ich werd schon wieder eingeschlafen. Die rennt mir wieder hinterher. Ja, ist bei mir. Ja, ist bei mir. Wie hängen... wie... 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 Ich muss nen Generator finden. Letzter Generator ist gleich fertig. Nur noch 10 Prozent. Der, der von dem wegläuft... Mach ich da auch aus? Wenn ich ne Palette umschmeiß... Nee, da wach ich nicht auf. Der auch weg. 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 Bei mir ist auch ne Tür. Ja, halt mich. Ich öffne... Mach mal erstmal alle Türen auf und halt euch voll. Zu dritt einfach retten gehen. Machs mal safe. Einfach Tür... alle Türen... Ja, ich werde aber wahrscheinlich sterben, weil ich keinen Motor finde. Das ist schon... Du hast kein Motor. Ja, aber ich muss aufwachen. Außer mir, jemand könnte mich wecken bei der Tür. Das dauert grad ewig, diese Tür zu öffnen, weil es ein Geschwindigkeitsding hat. Und der würde jetzt direkt zu mir rennen, weil er mich sickt. Macht ihr grad beide Türen auf? Ja. Für aufgemacht. Der eine ist auf. Okay, jetzt müsstest du mich halten. Er ist bei mir. Ja. Also erstmal... Oh lol, wie schnell kann der? Okay, ich bin tot. Scheiße, so knapp. So knapp. War irgendwo die Lupe. Weil ich keinen Generator gefunden habe, wo ich mich schnell aufwecken kann. Ich hänge jetzt. Ich bin direkt tot. Tschau. Schön war's mit euch. Tschüss. Okay, das ist ganz offen. Ausgekommen. Also die andere Tür ist zur Hälfte... also die Hälfte ist geöffnet. Ja, die ist offen. Skull. Ey. Skull. Rennst du einfach raus? Was bist denn du für ein Teamplayer? Die anderen sind da auch schon draußen. Nee. Oder? Und rein noch. Nice. Seid ihr da alle draußen? Ja. Nice. War aber auch noch eine schöne Runde. Und wieder ab die Geste fürs nächste Mal. Alter. Die ist so broken. Die lädt sich dann wieder auf oder was? Ja, anscheinend. Die war wieder voll. Krass. Das ist dieses lilaner Ding. Alex Toolbox. Das ist so krass das Ding. Levelaufstieg. Levelaufstieg. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Also ich habe jetzt zwei Runden gespielt. Schauen wir mal wie lang das Video ist. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm. Ja. Ich hoffe euch hat's gefallen und... Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Ciao. Wollt ihr auch Tschüss sagen? Ciao. Julia. Au. 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 Au.